Hallo, ich begrüße dich zu meinem Podcast SoulDogs, mein Podcast, nein, dein Podcast fürs Herz und für deinen Hund. Ich bin Tina Schwarz, ich bin Trainerin, Coach und Mentorin für Menschen mit Hunden und ich begleite sie auf dem Weg in ihr unfassbar schönstes gemeinsames Leben, das sie sich jetzt noch nicht mal vorstellen können meistens und auf dem Weg dorthin könnte die Folge gar nicht passender sein, denn ich möchte heute mit dir darüber sprechen, warum deine Ziele mit deinem Hund nie zu groß sein können und auch wenn der Titel erstmal vielleicht so ein bisschen klingt, hör dir die Folge an, die wird ein Game Changer für dich, die wird das Zusammenleben mit deinem Hund und euer Leben verändern, das kann ich dir versprechen, wenn du das, was ich mit dir teile, wirklich integrierst. Und bevor ich jetzt loslege mit der Folge, ganz, ganz wichtige Info, heute Abend am 7. Juli um 19 Uhr findet eine Masterclass statt zum Thema Selbstzweifel, sie heißt Trust Yourself und du solltest sie nicht verpassen. Du findest den Anmelde-Link direkt unter der Podcast-Folge. Meld dich an, es ist eine Gift Economy Masterclass, das heißt, du kannst im Nachhinein nach der Masterclass entscheiden, ob und was du zurückgeben möchtest und auch wenn du heute Abend nicht live dabei sein kannst, melde dich an, denn wenn du angemeldet bist, bekommst du die Aufzeichnung. Wenn du nicht angemeldet bist, bekommst du sie natürlich nicht. Deswegen gibt es eigentlich nur eine Option, auf den Link klicken und dich anmelden und dann würde ich sagen, lege ich jetzt los mit der Game Changing Podcast-Folge von heute. Ich wünsche dir unglaublich viel Spaß dabei, viele, viele Erkenntnisse und vielleicht noch ein Tipp von mir, nimm dir hier jetzt wirklich Zeit und sei aufmerksam. Und dann bin ich jetzt einfach gespannt, was diese Folge im Zusammenleben mit deinem Hund alles so verändern wird, heute, morgen und in den nächsten Jahren. Warum deine Ziele mit deinem Hund nie zu groß sein können? Vielleicht denkst du dir jetzt, ja, ich habe ja schon große Ziele oder vielleicht denkst du dir auch, ja, aber das, also deine Titel, das geht ja gar nicht, weil ja nicht jeder Hund alles kann oder so oder nicht jeder Mensch alles kann. Und wenn du das jetzt denkst und immer noch zuhörst, dann hör weiter, denn dann werden sich viele, viele unglaublich wertvolle Erkenntnisse für dich entfalten. Und auch wenn du das nicht denkst, bleibst du natürlich auch dabei. Oft sind die Ziele, die wir haben, sehr, sehr, sehr klein. Und ganz oft auf einen ganz spezifischen, engen, kleinen Kontext bezogen. Und das ist auch erstmal gar nicht schlimm, geht jetzt nicht um richtig oder falsch, sondern es geht darum, welche Potenziale sich entfalten, wenn du deine Ziele größer steckst. Jetzt, lass mich ein Beispiel nehmen, das habe ich ganz oft, Menschen kommen in das Clever Soul Dogs Universum, weil der Hund an der Leine bellt, weil er nicht alleine bleiben kann oder weil er sehr ängstlich ist. Und das Ziel, was oder weil er, das heißt auch noch oft, draußen insgesamt super gestresst ist, die ganze Zeit nur an der Leine zieht zum Beispiel, weil er so aufgeregt ist. Und das Ziel, was sie haben, ist, dass er aufhört zu bellen, dass er lernt, alleine zu bleiben, dass er an lockerer Leine läuft oder dass er draußen nicht mehr so viel Angst hat, dass er mutiger wird. Und ja, wenn man vielleicht den Ist-Zustand sieht und dann sein Ziel, was man hat, sieht das oft schon aus wie ein richtig großes Ziel, weil der Weg dorthin nicht in zwei Tagen gemacht ist. Und doch sind es kleine Ziele, weil sie in einem ganz spezifischen Kontext verknüpft sind. Und in dem Moment, in dem wir so kleine Ziele haben, geht es unglaublich schnell, dass wir im Kopf durchdenken, zum Beispiel in, weiß ich nicht, acht Wochen ist ein großer Urlaub und bis dahin muss mein Hund lernen, alleine zu bleiben, damit er in der Ferienwohnung allein lassen kann. Und der Hund kann das gerade aber noch gar nicht. Also der kriegt schon Panik, wenn man nur auf Toilette geht. Und dann kann der Kopf natürlich unglaublich schnell eins und eins zusammenzählen im Bruchteil einer Sekunde, dass das nicht aufgeht. Und zack, ist das Ziel wieder verpufft und wir fühlen uns nicht so gut. Und ein anderes zum Beispiel, der Hund bellt, wenn er Menschen sieht oder Hunden, also in Begegnungssituationen, völlig egal welche. Und mein Ziel ist es, mein Hund lernt, dort entspannt zu bleiben. Das ist mein Ziel. Und ich gehe raus und mir wird das Gegenteil bewiesen, weil mein Hund wieder bellt und das Ziel ist verpufft. Was nicht heißt, dass ich das nicht immer noch möchte, aber ich habe sofort das Gefühl und den Beweis von, klappt nicht. Und er bellt wieder, klappt nicht. 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 Und bam, 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 bam. Ich haue mir ständig mit der Fliegenklatsche ums Ohr. Jedes Mal dann, wenn der Hund, also mit der emotionalen Fliegenklatsche immer dann, wenn der Hund wieder bellt und wieder beweist, dass wir das nicht erreichen können. Und das ist nicht besonders motivierend. Und das trägt definitiv nicht dazu bei, dass wir unsere Ziele erreichen, dass wir den Weg dorthin genießen können und dass wir motiviert bleiben. Und wirklich in dem Tempo wachsen, das möglich ist. Sondern es macht unglaublich langsam, weil es uns wahnsinnig viel Kraft kostet. Und unsere Hunde übrigens auch. Was sind denn dann aber große Ziele? Ein großes Ziel ist es auch nicht, dass er nur entspannt in Begegnungen bleibt, sondern auch in einem Meter Entfernung einfach vorbeigeht. Oder so ist es auch immer noch ein kleines Ziel. Weil auch das kann ich ganz schnell in meinem Kopf zerdenken. Oder auch da gehe ich dann los und der Welt wieder verpufft. Ein großes Ziel wäre, dass ich mit meinem Hund das schönste, größte, außergewöhnlichste, authentischste Leben kreieren werde. Das auch nur irgendwie möglich für uns ist, auf diesem Planeten. Ein ziemlich großes Ziel. Und du merkst es nicht mehr so spezifisch. Und in dem Moment, in dem ich mir dieses Ziel setze, ich kann mal versuchen, es zu zerdenken. Manchmal kommen dann Selbstzweifel wie, ja, das geht nicht. Dann melde ich für meine Masterclass an. Dann können wir da ein bisschen was lösen. Und ansonsten, dadurch, dass ich, also selbst wenn ich dann losgehe und mein Hund bellt dann nochmal, ist dieses große Ziel nicht sofort zerstört, weil es nicht diesen kleinen Kontext hat, weil es nicht diesen kleinen Rahmen hat. Sondern in dieses Ziel gehört ja so viel mehr, als dass der Hund aufhört, an der Leine zu bellen. Und selbst in diesem Ziel könnte er sogar noch an der Leine bellen. Und ich kann trotzdem dieses Leben führen. Ein großes Ziel ist ein Ziel, von dem ich jetzt keine Ahnung habe, wie ich das jemals erreichen soll. Und es geht auch nicht darum, dass ich es in drei Wochen erreiche oder in drei Monaten oder in drei Jahren, sondern dieses Ziel umfasst das gemeinsame Leben, die gesamte Zeit des gemeinsamen Lebens. Und ich habe das lange nicht realisiert. Und ich habe mich immer gefragt, warum Menschen aufgeben mit den Hunden. Warum sie es irgendwann einfach so lassen. Warum sie, obwohl so viel mehr möglich wäre, sich das nicht trauen oder es nicht umsetzen oder wie auch immer. Und warum es für mich scheinbar anders ist. Und ein großes Geheimnis, in Anführungszeichen, liegt genau darin, dass ich für mich noch nie als Ziel gesetzt habe, ich möchte, dass mein Hund abrufbar wird, an Wild. Oder ich möchte, dass mein Hund nicht mehr bellt, wenn andere Hunde kommen. Oder ich möchte, dass mein Hund lernt, alleine zu bleiben. Das waren alles kleine Mini-Ziele, die aber immer auf das große Ziel hingeführt haben. Was bei mir ist, ich möchte das schönstmögliche Leben für uns kreieren, was auf diesem Planeten irgendwie möglich ist. Ein Leben, in dem wir wahnsinnig verbunden miteinander sind, in dem wir respektvoll miteinander umgehen, in dem wir jeden Tag unglaublich wertvolle Momente miteinander erleben und immer genau da sind, wo wir uns gerade am wohlsten fühlen. Und alles, was ich gemacht habe, sowohl im Training mit den Hunden als auch in meiner eigenen persönlichen Entwicklung, hat auf dieses große Ziel hingearbeitet und macht es noch immer. Es ist ein wahnsinnig großes Ziel. Und auch wenn dann mal der Hund bellt oder doch nicht alleine bleiben kann, fällt mir dieses große Ziel nicht wie ein Kartenhaus zusammen. Weil es so groß ist und so viel da reinpasst, dass es mir gar nicht zusammenfallen kann. Vielleicht möchtest du ja mal anfangen, dir wirklich ein großes Ziel zu setzen. Und übrigens in diesem großen Ziel ist es doch völlig egal, wie dein Hund ist. Ob der diese oder jene Eigenschaft hat oder nicht, ob er das oder das bewältigen kann oder nicht, es spielt gar keine Rolle, weil plötzlich kreierst du ja ein Leben, was für dich und für deinen Hund einfach perfekt zugeschnitten ist, so wie ihr euch das immer gewünscht habt. Das sind große Ziele. Lass uns doch mal große Ziele stecken. Und den gemeinsamen Weg, den wir haben, dafür nutzen, um für diese Ziele loszugehen. Und etwas, was passiert in dem Moment, wo wir diese großen Ziele haben, ist, dass wir eben nicht sofort uns bestätigt fühlen von, ach ja, das geht nicht. Oder dann benutzen wir auch nicht mehr das Wort Rückschläge, weil wir wissen, dass da so viel mehr noch wartet und dass es so viele mehr Wege gibt. Es ist nicht nur entweder oder, sondern es ist immer ein und. Und es gibt immer 1000 Millionen verschiedene Wege, die wir gehen können. Und wenn das jetzt gerade nicht funktioniert hat, dann ist das so. Oder wenn das und das für uns vielleicht nicht möglich ist, weil der Hund jetzt krank ist oder so, dann ist das so. Aber dann weiß ich, dass ich in dieses Leben, dass ich für mein großes Ziel trotzdem noch ganz, ganz viel realisieren kann und kreieren kann, gemeinsam mit meinen Hunden, dass wir das trotzdem leben können. Und hier spricht jemand zu dir, die drei Hunde hat. Einer davon, also zwei, eigentlich alle drei krank, ja. Aber der Pico ja wirklich, der kann sich nicht so viel bewegen. Der hat auch lange mit seiner Gastritis immer wieder zu tun und so weiter. Glaubst du, wir haben das Leben in der Zeit nicht genossen? Natürlich haben wir das. Ja klar, wenn er gerade eine Gastritis hat, ging es ihm nicht so gut. Aber in der Zeit dazwischen, wir machen alles so, dass wir das beste Leben führen können. Und ich sage nicht, ich will innerhalb von zwei Wochen oder zwei Monaten oder einem Jahr, will ich das und das. Nee, ich habe mein richtig großes Ziel. In diesem großen Ziel sind kleine Ziele drin. Aber selbst die sind nie so spezifisch gestrickt. Die sind nie so spezifisch gestrickt. Wir sind jetzt gerade im Norden, in Norwegen noch. Und bleiben auch noch eine ganze Weile hier. Und ich wollte das unglaublich gern machen, weil es hier einfach im Sommer nicht so heiß ist. Und weil hier viel Ruhe ist. Und die Ruhe tut mir sehr gut. Die tut den Hunden gut. Und weil es nicht so heiß ist, tut es auch den Hunden sehr gut. Ich wusste nicht, wie wir hier sein werden. Wie lange. Wo wir sein werden. Nichts. War mir auch egal. Ich hatte das große Ziel. Ein Sommer genau zugeschnitten für uns zu kreieren. Und nur, weil dann hier oder da oder da irgendwas nicht funktioniert hat, auch weil es hier dann mal geregnet hat oder so, bricht ja nicht gleich alles wie ein Kartenhaus in sich zusammen, weil mein Ziel so viel größer ist, dass es nicht aus Karten besteht. Weil es gar nicht so viele Karten geben könnte, um dieses große Ziel als Haus zu bauen. Je größer der Rahmen ist, desto weniger schnell können wir sie im Kopf zerstören und desto leichter ist es, sie umzusetzen. Desto leichter ist es, für sie loszugehen, weil wir uns nicht ständig versuchen, selbst zu beweisen, dass das nicht geht. Und dann dürfen wir auch einfach mal aufhören, unsere Gefühle immer abhängig von Situationen im Außen zu machen. Ja, wenn es regnet, fühle ich mich dann nicht so gut. So, oder wenn dann wer gebellt hat oder so, ja. Und ich will nicht sagen, dass das bei mir nicht so ist. Doch es geht auch immer darum, dort ein Bewusstsein zu schaffen und zu lernen, damit umzugehen und das Stück für Stück abzulegen und zu verstehen, dass unsere Emotionen aus uns heraus entstehen und nicht von außen in uns reinfließen oder so. Es ist andersrum, sie entstehen innen und uns fließen nach außen. Und wir können auch in Situationen, die vielleicht gerade nicht so in Anfangsschen optimal sind, so wie man sich die vorgestellt hätte, wir können auch lernen, auch in diesen Situationen gute Gefühle zu kultivieren, auch wenn es scheinbar gerade nicht gut läuft. Und das hat nichts mit Augenwischerei oder so zu tun. Das heißt, emotionale Intelligenz. Nicht mehr, nicht weniger. Und ich kann natürlich sagen, hey, Augenwischerei, was auch immer, ja, irgendwie Ponyhof, keine Ahnung, rosa-rote Brille oder so, ja. Ich meine, das kann ich schon sagen und kann immer weiter meine Emotionen vom Außen abhängig machen, von Situationen und immer weiter kleine Ziele stecken und immer weiter frustriert sein, weil er jetzt wieder gebellt hat oder wieder nicht allein bleiben kann oder wieder dies oder wieder das und alle anderen sind schuld. Das kann ich machen. Ich kann es aber auch anders machen und kann sagen, okay, vielleicht probiere ich ja doch mal diesen anderen Weg, weil der Weg, den ich gerade gehe, hat mich ja zu diesem Punkt geführt. Was übrigens ja auch bedeutet, immer wenn ich dann nochmal weitergehen will, auf dem Weg zu meinem richtig, richtig großen Ziel, darf ich vielleicht auch wieder anfangen, Dinge anders zu machen, als ich sie bis hierhin gemacht habe, weil alles, was ich bis hierhin gemacht habe, hat mich hierhin geführt. Und wenn ich weiter möchte, darf ich wieder anfangen, neue Dinge zu machen. Ich darf wieder anfangen, mir auf einer neuen Ebene zu begegnen, meinem Hund auf einer neuen Ebene zu begegnen. Ich darf wieder Entscheidungen auf eine neue Art und Weise treffen und ich darf vielleicht wieder mein Ziel nochmal ein bisschen größer stecken. Genau. Lass das mal sacken und vielleicht entstehen in den nächsten Tagen Situationen, in denen dir genau die Worte aus dieser Podcast-Folge wieder in den Kopf kommen und du dir denkst, ah, yes, okay, das hat sie gemeint, jetzt verstehe ich es, jetzt kann ich es fühlen, jetzt ist es mir glasklar. Und dann fang an, deine Ziele größer zu stecken, so groß, dass dein Kopf, dass dein Mind sie überhaupt gar nicht greifen kann, dass er nicht dazwischen sabotieren kann und sie zerstören kann. Und gleichzeitig fang an, deine Emotionen nicht vom Außen abhängig zu machen, von Situationen, die im Außen passieren und fang an, gute Emotionen, Anführungszeichen, die sich gut anfühlen, auch in Situationen zu kultivieren, in denen es scheinbar nicht gut läuft. Und du wirst merken, dass es einen unglaublich großen Unterschied macht in der Lebensqualität von dir und deinem Hund, wie er eure Zeit gemeinsam nutzt und genießt und plötzlich auch im Erreichen eurer Ziele, der Großen und der Kleinen und der Richtig, Richtig Großen. Geht nämlich dann plötzlich leichter, weil du dranbleibst, weil du motivierter bist und weil du nicht bei jedem kleinen, bei jeder kleinen Situation, die nicht gut gelaufen ist, in deinen Augen, nicht gleich zusammenfällst wie ein kleines Kartenhaus. Und wenn du jetzt sagst, okay, ich brauche mehr davon und ich möchte da tiefer einsteigen, weil ja, eigentlich tief in meinem Herzen habe ich dieses richtig, richtig, richtig große Ziel, aber ich traue mich nicht mal, das auszusprechen. Dann melde dich zum Masterclass an. Heute Abend, 19 Uhr und auch wenn du nicht live dabei sein kannst, wenn du angemeldet bist, bekommst du die Aufzeichnung. Das ist eine Gift Economy Masterclass. Du kannst im Anschluss entscheiden, ob und was du zurückgeben möchtest. und ich freue mich einfach unfassbar auf heute Abend und heute Abend nach der Masterclass wird ja auch, ein bisschen Trommelwirbel, etwas Neues veröffentlicht für einige Menschen, die gern noch viel, viel weitergehen möchten zu den richtig großen Zielen. Ach, das wird so schön. Ich freue mich drauf, ich freue mich auf dich. Mach dir einen wunder, wunder, wunderschönen Tag mit deinem Hund. Bis bald. Deine Tina.